Eintracht Frankfurt sprengt mit dem heutigen Sieg gegen Schalke auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle. Ganz, ganz starke Leistung der Frankfurter. Und Schalke kann einem eigentlich nur richtig, richtig leid tun. Die waren heute das bessere Team und belohnen sich einfach nicht. Das ist einfach dieses Jahr das Problem von Schalke. Sie spielen echt manchmal richtig guten Fußball, belohnen sich aber einfach nicht. Und das 3 zu 0 spiegelt überhaupt nicht wieder, wie das Spiel gelaufen ist. Und das 1 zu 0 von Lindström, das kam eigentlich aus dem Nichts. Also Schalke hätte bestimmt mindestens 1 zu 0 in Führung gehen können, haben es aber auch nicht geschafft. Haben danach das Spiel auch super geleitet, haben es super gemacht, haben sich aber einfach nicht belohnen können. Und es ist ja nicht so, dass Schalke keine Torchancen hatten. Die waren ja da, hatten auch mehr Ballbesitz, hatten mehr Möglichkeiten. Und in der zweiten Halbzeit waren sie auch sehr, sehr gut. Und es war dann halt Eintracht Frankfurt, die hinten raus mit Mauri in der 84. Und Buta 90 plus 1 dann für die Entscheidung gesorgt haben, weil Schalke musste ja irgendwann mal aufmachen, logischerweise. Um überhaupt noch was mitzunehmen und man hat es wieder nicht geschafft. Also ganz, ganz bitter für Schalke. Ja, Frankfurt, denke ich, ist zufrieden, muss zufrieden sein mit dem heutigen Spiel. Es ist nur Luft nach oben. Für Schalke ist es, wie gesagt, sehr, sehr bitter gelaufen. Frankfurt ist jetzt Zweiter. Also wenn sie das bis zum Saisonende halten können und wieder Champions League spielen, das war einfach nur der Kracher. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Und ciao.